Wenn Sie wissen wollen, was ein Learning Management System ist, was ja im Übrigen im Rahmen der Gesamtprojektierung auch angedacht ist, dass es für die Kitas in Deutschland etwa angeboten werden soll, so reden wir bei einem Learning Management System über das, was der Begriff sagt. Es ist ein System, das Ihnen das Managen von Lernen, von Lehren, von Unterrichten zunächst mal ermöglicht. Wenn solche Systeme aufgesetzt werden, ist die erste Frage zunächst einmal, welche Personen wollen wir denn nach vorne blickend überhaupt in die Lage versetzen, an bestimmten Lerninhalten zu partizipieren? Wir fragen auch, ob es beispielsweise so etwas wie natürliche Gruppen gibt. Das können Gruppen in Kitas sein, das können aber auch Gruppen sein, die über verschiedene Standorte hinweg gemeinschaftlich in Lernräumen etwa zusammenarbeiten. Wenn Sie heute einen Kurs bei der Volkshochschule haben, haben Sie das ja auch. Dann kommen alle Leute in diesen einen Raum zusammen von unterschiedlichen Standorten. Internettechnologien bieten Ihnen genau den umgekehrten Weg an. Sie bleiben alle zu Hause sitzen und der Raum kommt zu Ihnen und Sie treffen trotzdem dort die Menschen, die dann halt eben alle Interesse haben, bestimmte Lerninhalte abzugreifen. Das heißt, es hilft Ihnen also, Gruppen zu organisieren. Es hilft Ihnen, solche Systeme helfen Ihnen, Kurse, Lehrräume zu organisieren, in denen mit mehr oder weniger Geschlossenheit oder Offenheit die Option angeboten wird, gemeinsam zu lernen. Inhalte, die in solchen, wir sagen dazu, virtuellen Lehr- und Lernräumen angeboten werden, stehen zunächst einmal allen zur Verfügung. Sie können über einen Chat, über E-Mail, über Newsrooms, über Wikis miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, etwa mit bestimmten Übungsaufgaben Ihr Wissen selbst zu testen. Nur Sie und der Computer oder das System, um es genauer zu sagen, gibt Ihnen Rückmeldung, ob das, was Sie glauben, dass die Antwort auf eine Frage ist, ob dies denn eigentlich korrekt oder ob es falsch ist. Und es werden Ihnen gegebenenfalls auch noch Hilfestellungen gegeben, wo Sie, wenn die Antwort denn falsch gewesen ist, denn nachschauen sollten oder was denn die richtige Antwort, gegebenenfalls auch mit einer Begründung verbunden gewesen sein könnte. Sie sehen also, solche Learning-Management-Systeme dienen zunächst einmal dazu, bestimmte organisationale Strukturen, einzelne Personen, Gruppen, Räume, die vorhanden sind, Lehrmaterialien, die existieren und die eben alle in einer digitalen Welt, alle im Internet verfügbar sind, zu organisieren, zusammenzuführen und Ihnen über begrenzte Zeiträume hinweg einen Lernraum anzubieten, an dem Sie, wenn Sie zu Hause denn im Garten unter dem Baum sitzen mit dem Laptop denn in der Hand, an dem Sie wann auch immer und wo auch immer Sie unterwegs sind, denn neu und partizipieren können. Das ist der große Charme, den alles hat und genauso natürlich auch für die Lehrenden die Chance, wenn Sie Lernmaterialien zur Verfügung stellen. So können alle Nutzer, die in solchen Räumen organisiert sind, sofort und augenblicklich auf diese zugreifen. Das heißt, Sie steuern auch darüber Ihren gesamten Lernfortschritt, alle Materialien, die genutzt werden können etc. Konkret könnte es also so aussehen, dass wir etwa in einem solchen Projekt, wie das, was jetzt hier angedacht ist, für die Kitas, dass Sie etwa für jede Kita-Gruppe in Deutschland einen eigenen Lernraum haben, wo Sie quasi erstmal die Menschen auch treffen, die Sie ohnehin vor Ort treffen. Das könnte man nutzen, um Lernmaterialien etwa in einfacher Art und Weise zugänglich zu machen. Ich glaube, es ist wenig attraktiv, mit den Menschen jetzt plötzlich über das Internet zu kommunizieren, die Sie sowieso jeden Tag vor Ort sehen. Aber, und das könnte eine zweite Situation sein, es könnte auch sein, dass man sagt, innerhalb eines Bundeslandes, etwa im Rahmen von Berlin oder in Nordrhein-Westfalen, schließen sich bestimmte Personen aus ausgewählten Kitas wiederum zusammen und verständigen sich darauf, bestimmte Inhalte zu erwerben oder auch Inhalte zu entwickeln zu bestimmten Themen, die dann wiederum Dritten und Vierten über solche virtuellen Lernräume zur Verfügung gestellt werden. All das sind Optionen und Möglichkeiten, die im Rahmen sogenannter Learning-Management-Systeme denn angeboten werden. Lassen Sie sich letztlich von dem etwas schwerfälligen und bisweilen etwas auch angestaubten Begriff nicht allzu sehr verwirren. Es ist nichts anderes, wie wenn Sie einen Klassenraum nehmen, ins Internet hinein verlegen und darüber halt eben Menschen die Möglichkeit geben, mit einer entsprechenden Internettechnologie gemeinschaftlich zu lernen. Ein weiteres Angebot, das geplant ist im Rahmen des Portals, ist ein sogenanntes E-Portfolio. Das E ist wieder ein kleines E, also ein elektronisches Portfolio. Was ist das nun im Einzelnen? Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Reihe von Künstlern oder von Bewerbern, die Ihnen heute sagen wollen, welche tollen neuen Kunstwerke Sie gemacht haben oder warum ausgerechnet diese oder jene Personen denn etwa für eine Stelle, die Sie ausgeschrieben haben, in besonderer Art und Weise qualifiziert sind. Bei den Künstlern kriegen Sie eine Mappe auf den Tisch und Sie sehen die unterschiedlichen Bilder, Sie sehen die unterschiedlichen Artefakte, die in den letzten Jahren denn dort entwickelt wurden. Das heißt, man legt vor, welche individuellen Schaffungen und welche individuelle Kreativität denn letztlich über Jahre hinweg wie entstanden ist. Das können Sie auch nur in dieser Art und Weise machen, das muss man auch sehen, das muss man vor sich liegen haben und dann bekommt man einen ungefähren Eindruck von der Person und von der künstlerischen Wertschöpfung, die dieser Mensch geschaffen hat. Im Bildungsbereich oder wenn sich jemand etwa auf einen Job bewirbt, ist das auch nicht viel anders. Also bekommen Sie ein Curriculum Vitae vorgelegt, wo man bestimmte Standards befolgt, ansonsten aber auch erzählt, welche besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten man als Mensch denn eigentlich hat und warum man besonders geeignet ist, genau diesen Job denn optimalerweise zu bekommen und auch optimal ausfüllen zu können. Im Bildungsbereich sind wir in den letzten Jahren verstärkt dazu übergegangen, Menschen nicht nur zu bewerten mit Blick auf das formale Noten- oder Punktesystem, das sie alle noch aus ihrer eigenen Schulzeit und aus ihrer eigenen Hochschulzeit heraus kennen, das im Übrigen auch nicht anders wird, wenn wir es nicht mehr von 1 bis 6, sondern von A bis F nach den internationalen Maßstäben benennen. Trotzdem bleibt es zunächst mal ein Ranking, von dem wir im Übrigen wissen, dass es hochgradig instabil ist, das heißt, wenn Sie bestimmte Klausuren den unterschiedlichen Prüfern vorlegen, werden Sie hohe Varianz haben in der Bewertung und in dem Endergebnis, was denn an Noten schlussendlich denn eigentlich dabei herauskommt. Weil man weiß, dass dies kein alleinig machendes und ein glücklich machendes Faktum ist, sind wir zunehmend dazu übergegangen, im Bildungssegment uns anzuschauen, welche persönlichen Kompetenzen haben denn eigentlich Menschen. Diese Kompetenzen werden im Rahmen solcher sogenannter E-Portfolios zusammengefasst. Auf der einen Seite dient es dazu, zunächst einmal auf der Grundlage eines Persönlichkeitsprofils zu sagen, das ist der Mensch, so sieht er aus, dort lebt er, das ist das Geschlecht und das ist die Adresse und folgende Interessen beispielsweise hat dieser Mensch. Es kommt aber auch dazu, dass es Referenzierungen gibt, etwa in alles, was im Rahmen von Webster Null sogenanntes Social Networks gibt. Also wenn jemand in Facebook unterwegs ist, wenn jemand in StudiVZ unterwegs ist oder wo auch immer, kann man schauen, was hat er denn dort eigentlich getan. Und ich kann mir auch anschauen, und das ist dann gerade für den Bildungsbereich in besonderer Weise attraktiv, welche Bildungsleistungen oder welche Fortschritte im Rahmen der persönlichen Bildungshistorie wurden denn eigentlich in den letzten Jahren von diesen Menschen gemacht. Also wenn Sie Weiterbildungsangebote etwa über das Studium oder über die Berufsausbildung hinaus wahrgenommen haben, so legen Sie heute in der Regel ein Zertifikat vor, wo dann draufsteht, dass Sie dann und dann an dem und dem Kurs mit so und so vielen Punkten teilgenommen haben. Das sagt formal etwas darüber aus, aber noch nichts, welche Inhalte Sie beispielsweise gelernt haben, welche Kompetenzen Sie als Person erworben haben und das sagt auch nichts über Arbeitsergebnisse aus, die Sie möglicherweise im Rahmen eines solchen Kurses denn selbstständig erstellt haben. Diese Varianten, was hat man inhaltlich gemacht, was waren eigene Arbeitsergebnisse gewesen, welche Kompetenzen hat ein Mensch im Rahmen einer solchen Qualifikation erworben, können, vorausgesetzt, sie sind digital verfügbar und etwa ein Blog oder ein Wiki ist zur Entwicklung von solchen Arbeitsergebnissen genutzt worden, können alle in diesem E-Portfolio denn eingehängt werden und ich kann dieses E-Portfolio jedem Interessenten zugänglich machen und ihm quasi damit auch die Möglichkeit geben zu zeigen, was habe ich denn geschrieben, was habe ich denn dort gelernt und welche Kompetenzen habe ich erworben und dann natürlich vielleicht auch noch, wenn man es für wichtig erachtet, die Frage, mit welcher Note oder mit welchen Punkten man denn schlussendlich eine solche Qualifikationsmaßnahme abgeschlossen hat. Ergänzend können solche E-Portfoliosysteme aber auch genutzt werden, um etwa institutionelle Profile und institutionelle Charaktere abzubilden. Was ich damit meine ist, dass eine Einrichtung, sei es eine Kindertagesstätte, eine Schule oder sonstige Institutionen, dass eine Einrichtung sich natürlich ebenfalls über ein bestimmtes Profil zunächst mal beschreiben und darstellen kann und dann auf der anderen Seite allerdings sehr stark anbietergetrieben darstellt, was man denn eigentlich in seinem Portfolio, also in seinem inhaltlichen Portfolio denn eigentlich für Interessenten, etwa im Bereich der Kitas, denn anbieten und gewinnbringend möglicherweise einsetzen kann. Der Charme von solchen Möglichkeiten und eines solchen Einsatzes ist es, dass es letztlich dem Endnutzer, also den pädagogischen Fachkräften vor Ort, die Chance bietet, auf der Grundlage von standardisierten Profilen auch Vergleiche vornehmen zu können. Man sieht, welche Institutionen welche Schwerpunkte und damit auch welche Stärken in bestimmten Bereichen haben und welche Institutionen in komplementären Bereichen etwa andere Inhalte und andere Lerneinheiten oder sonstige Angebote denn offerieren können. Somit bietet sich die Chance auch an, dass man nach eigenem Duktus auch die Institutionen etwa für Zusammenarbeit oder für Kooperation aussucht, für die man selbst sagt oder von denen man selbst den Eindruck hat, ja, die passen jetzt ganz genau auf das, was hier für mich von Interesse ist, Voraussetzung ist eben, dass alle Institutionen, die sich in einem solchen Netzwerk dann auch engagieren und einbringen, eben diese Portfoliosysteme zur Selbstdarstellung auch nutzen. Das ersetzt im Übrigen nicht das, was man so klassischerweise als Internetportal einer Institution hat, weil dort geht es sehr stark Marketing- und Öffentlichkeitsgetrieben eben um die Darstellung einer Institution im Ganzen. Portfoliosysteme geben bestimmte, wir sagen dazu Attribute, bestimmte Profilelemente vor, wo man sagt, eine Institution ist so, hat die Inhalte, die Schwerpunkte, man kann dort auch Zugänge und Möglichkeiten des Zugangs zu Inhalten anbieten. Letztlich dient es aber wirklich der verkürzten, verknappten Darstellung mit einfachen Möglichkeiten des Vergleichs oder eben auch um zu sehen, diese hier alle, wie das etwa für die Kitas in Deutschland sehr gewinnbringend sein könnte, diese alle bieten mir hervorragende Möglichkeiten der Qualifikation über das Internet, über E-Learning an, um mich in dem Themenbereich etwa Organisationsentwicklung, im Themenbereich gute, gesunde Kita, Gesundheit, Ernährung und Bewegung qualifizieren zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.